Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Wizardry 6. So, ich bin wieder eine ganze Weile im Dungeon rumgestiefelt und ich habe einen Knopf gefunden, den wir glaube ich noch nicht gedrückt haben. Da werden wir jetzt mal draufdrücken. Ich habe unterwegs auch noch so einen Gummimonster gefunden, üblicher Kampf, wie ihr ihn kennt. Also der Gummi sammelt sich in unserem Inventar und wie so viele andere Sachen, von denen wir noch nicht wissen, wo sie hin sollen. Aber wir drücken jetzt erstmal den Knopf. Ich fand es enttäuschend, dass das Spiel mir das nicht sagt, dass da was ist, aber ich habe es trotzdem gesehen. Oh, ein Türchen mit einer Kiste. Bitte kein Drama draus machen. Inspizieren. Daryl sagt gar nichts mehr dazu. Wie gesagt, Klassenwechsel muss ich immer mal gucken. Also Daryl ist jetzt halt auch irgendwie ein Kandidat, den ich wechseln würde, weil zuerst hatte ich ihn halt als zweite Meinung für die Fallen noch geschätzt, aber da sagt er jetzt ja auch nichts mehr dazu. Und da dann Skillpunkte bei ihm reinzutun, das lohnt sich dann glaube ich auch nicht als zweite Meinung. So, ein A und ein D. Sehr schön. Dann machen wir mal entschärfen. A und ein D. Ähm, vergiftet der Deutsch, ist nur das D drin. Energieabzug, Geisterhand. Da ist beides drin, Schädeldämpfer aber auch. Ja, okay, dann Geisterhand oder schädliche Dämpfer. Äh, ich tippe mal auf die Dämpfer. Ja, Schakka, richtig geraten. Ein Hammer, ein Meißel. Hammer, Meißel. Meißel? Ah. Hm. Äh, ich Idee. Gerrit ist voll. Thoralf, kannst du noch was? Thoralf kann noch was. Wir haben eine Idee, wir haben Hammer und Meißel gefunden und wir hatten doch ein Kristallproblem mit dem Magier. Den wir schon hundertmal gefunden hatten. Von dem ich aber jetzt natürlich nicht mehr weiß, wo er ist, aber ähm. Hm. Ja, wir stiefeln einfach noch ein bisschen in der Nase nach. Vielleicht finden wir noch irgendwie, ähm, was Sinnvolles. Und wenn nicht, gehe ich dann nochmal alleine auf Magier suche. Denn da stand ja, dass er in einem Kristall drin ist und, äh, mit uns reden möchte. Aber das natürlich nicht kann aus dem Kristall heraus. Oh, ich glaube, wir sind wieder draußen. Okay, wir sind wieder draußen. Waren wir hier schon? Wir drücken uns mal an der Wand entlang. Wenn wir den Fahrstuhl finden, ähm, sind wir wieder mal am Anfang. Da ist eine Sackgasse. Wenn jetzt gleich der Fahrstuhl kommt, weiß ich, wo wir sind. Äh, Sackgasse. Ups, Entschuldigung. Am Rande des Abgrunds stehen die Reste eines großen, hölzernen Apparates. Ihr kommt zu dem Schluss, dass er, wie ein Katapult, schwere Dinge über den Abgrund schleuderte. Auf der anderen Seite steht eine verlorene, winzige Zielscheibe. Und jetzt blinkt unser Auge wie verrückt. Katapult mit Zielscheibe. Müssen wir jetzt Zielschießen machen? Du untersuchst das Gerät bis auf ein zerbrochenes, herausgefallenes Zahnrad und ein kaputtes Gummiband. Scheint der Apparat noch voll einsatzfähig zu sein. Äh, wir haben rein zufälligerweise eine ganze Menge Gummi in der Tasche. Aber kein Ersatzzahnrad. Äh, einpacken. Ähm. Können wir da jetzt unseren Gummi verwenden? Ähm. Ich glaube, Gerrit hat das alles in der Tasche. Da, der hat mittlerweile, ich glaube... Ähm. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, hat er vier Gummidinge. Können wir die miteinander kombinieren? Aber das ist ja nur ein Gummistrang und da stand was von Gummiband. Ah ja, Gummilitze. Ist eine Litze ein Band? Was ist eine Litze? Ähm. Wir schauen mal, ob das noch so weitergeht. Ähm. Pack mal bitte... Nimm mal bitte noch mal so einen Gummistrang raus. Und kombiniere mal die Litze mit dem Strang. Das geht nicht. Dann... Mach mal die Sherrybomb rein. Und entferne mal das Gummiting. Können wir die beiden Stränge wieder kombinieren? Hätte ich das vorher gewusst? So viel Inventarplatz jetzt frei. Können wir die beiden Litzen nochmal verbinden? Litze mit Litze. Ha, wir haben Gummiband. Sehr schön. So. Können wir das jetzt da benutzen? Wir machen Procress. So richtig, richtig definitiven Procress. Das neue Gummiband passt perfekt. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch ein Zahnradproblem. Mh. Wir gehen mal noch eine Runde weiter. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also zum Zauberer müssen wir auf jeden Fall nochmal. Das ist amtlich. Und... Wie machen wir das mit dem Zahnrad? Weil... Ich glaube nicht, dass wir die Fähigkeit haben, Zahnräder zu reparieren. Ah, doch, klar. Klar. Ich Idee. Hey, was ist mit Schmiedi? Schmiedi ist doch ein Schmied. Ja, Zahnräder sind ja normalerweise aus Metall. Also sollte so ein Schmied doch, denke ich mal, da was tun können, oder? Wir haben Dinge zu tun. Wir haben Dinge zu tun. Nach so viel herumgelaufen, wo ich nicht wusste, wohin. Wir haben Dinge zu tun. Und wir haben es erstmal, Fledermäuse zu töten. Wir versuchen mal diese Nahkampfoption. Da muss ich aber nochmal gucken, was das wirklich tut. Hat wahrscheinlich viel weniger Hit und dafür viel mehr Schaden oder so. Muss ich nochmal nachlesen. So, Fledermäuse haben bisher immer ganz gut sich einschläfern lassen. Du gibst uns einen ordentlichen Segen und Thoralf, ähm, gibt uns mal einen ordentlichen Feuerball und go. So, Monströs, Fled. Alles klar. Hallo, Monströs, Fled. So, beide schlafen. Sehr schön. Feuerball rein. Segen muss raus. Ich glaube, jetzt machen wir wirklich Pokers. Hatten wir jetzt überhaupt da hier getroffen? Wir machen mal Stoßen. Ähm, kämpfen, stoßen. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass das Spiel mir irgendwann das Gefühl gibt, dass es vorhin geht. Aber jetzt wird es. Du schlägst zu, du machst einen Spruch, einen Eisball und go. Es geht weiter. Wer hätte jetzt gedacht, es geht weiter? Jetzt muss ich mich nur noch irgendwann für die Klassentauscherei entscheiden. Ich habe mal noch kurz drüber geguckt, zu was die anderen sich transformieren könnten. Aber so ganz glücklich war ich damit nicht. Also, was ich noch im Kopf hatte, wir könnten aus Fenrir einen Briester machen, aus Gustav einen Barden. Dann hätten wir da die Klasse getauscht. Und der Sinn dahinter ist ja einfach, dass man dann ja wieder schneller levelt, schneller Skillpunkte dazu bekommt. Und dadurch dann auch schneller noch mal stärker wird, denn die Skillpunkte behält man ja beim Wechsel. Das ist so der Grund für diese ganze Wechselerei. Und das ist der Grund, warum ich mir darüber überhaupt Gedanken mache. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wenn man das Spiel kennt, dann macht man sich vorher ganz andere Gedanken mit den Werten von den Leuten. Ich bin mich davon ausgegangen, dass wenn wir dann den Klassenwechsel machen, dass dann quasi die Punkte wieder zurückgesetzt werden. Und dass man die wieder so verteilen kann, wie man das beim Charakter erstellen getan hat. Aber das ist scheinbar nicht so. Man muss mit den aktuellen Werten in diese Klasse reinkommen. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man das vorher dann schon durchkalkuliert. Was ich natürlich nicht getan habe und auch nicht wirklich gekonnt hätte, weil ich das Spiel nicht kenne. Tja, jetzt erkennt ihr das Problem an der Sache. So, und jetzt könnte die Fledermaus mal bitte weniger ein Problem sein. Aber den Magier werden wir hier so schnell nicht finden, denn der war irgendwo tiefer. Und Schmitty war auch nicht an der Oberfläche. Üb du mal noch Bogen. So, die Fledermaus ist Geschichte. Wir schauen mal, ob wir hier jetzt noch irgendwas finden. Und nur 66 Erfahrungspunkte für den Kampf. Okay. Wir schauen mal, ob wir hier noch was finden. Nein. Und ansonsten würde ich dann noch mal ohne euch auf die Suche gehen nach Schmitty und nach diesem im Kristall eingeschlossenen Magier. Ja, das ist auch eine Sackgasse. Und dann können wir Progress machen, gefühlt. Also ich laufe hier noch ein bisschen rum. Und ansonsten gehe ich dann Schmitty und den Magier suchen. Und dann sehen wir uns dann vielleicht zuerst bei Magier. Egal. Ich schaue mal, was ich zuerst finde. Gib mir mal drei Sekunden. So, da bin ich wieder. Ich habe den Magier gefunden. An der Ausdauer der Helden sieht man, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben auch zwischendrin noch geschlafen. Aber ja, ich bin jetzt so gespannt, ob jetzt Hammer und Meißel hier funktionieren bei dem Kristall. Ihr seht ein erstaunliches Gesicht, das in einem großen Diamantkristall schwebt. Deine durchsichtigen Kanten versperren den Zugang zum Raum. Nachdem du den Kopf im Kristall eine Zeit lang beobachtet hast, merkst du, dass es keine Vision war, sondern dass in dem riesigen Juwel tatsächlich ein Wesen gefangen ist. Es nähert sich der Kante und will mit dir Kontakt aufnehmen. Okay, Gerrit, dir hatten wir Hammer und Meißel eingepackt. Oder muss man das zuerst noch kombinieren? Kann natürlich auch sein. Andi, Quatsch, Thoralf hatte ich das eingepackt, ne? Ähm, Thoralf? Benutz mal, da habe ich einen Hammer gesehen. Den Meißel. Die Oberfläche des Diamanten ist rissig, birst aber nicht. Hm, oder muss man das vielleicht auch bei Schmitty irgendwie verstärken lassen? Oder wir kombinieren mal Meißel mit Hammer. Ähm, vielleicht hat er jetzt nur mit dem Meißel draufgeklopft oder so. Sauer, Thoralf, kombinier mal bitte, beziehungsweise erst mal umpacken. Äh, deine Tasche. Genau, er hat das zerbrochene Zahnrad. Machen wir hinzufügen, die Augenklappe und entfernen den Meißel. So, und dann machst du mal kombinieren Meißel mit Hammer. Das hat nicht funktioniert. Und wenn wir den Hammer benutzen, benutze dann instinktiv den Meißel. Hammer? Kein Effekt. Oder muss der Charakter wirklich dann auch stärker sein? Er ist rissig, birst aber nicht. Hängt das an der Stärke? Ähm, Thoralf, du hast Stärke 16. Da kriegst du, glaube ich, schon ein ziemlich starker Magier. Andrian hat immerhin 17. Ähm. Daryl hat 15. Ja, dann versuchen wir mal mit Andrian. Äh, Andrian, wie schaut's in deinem Inventar aus? Haben wir da noch Platz? Nein. Ähm, du hast aber schon mal einen Hammer. Dann. Dann, 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 dann. Ich muss mal bei Schmitty wieder verkaufen. Ich kann mich so schlecht trennen. Dann. Äh, dann gibt mir bitte an Daryl vielleicht eine Machete. Sehr schön. Und noch ein Dreispitz. Sehr schön. So, dann haben wir eine Kapazität. Tasche, entfernen. Ne, wir nehmen den Hammer von Thoralf. Vielleicht ist das ein besonderer Hammer. Ähm, so, ansehen Thoralf. Thoralf, mach du bitte geben an Andreas Hammer und Meißel. So, und dann machen wir mal Benutzen mit Andrean den Meißel. Steht dasselbe. Na gut, dann gehe ich mal Schmidt hier suchen. Gib mir mal drei Sekunden oder mehr. Progress, ich bin happy. Hey, ich habe mal wieder mehr Glück als Verstand, glaube ich. Und zwar, der Diamant ist jetzt kaputt. Aber warum? Ich hatte mich ja schon vor einigen Folgen immer gewundert, warum wir ständig bei diesem Magier gelandet sind. Ich mir eigentlich relativ sicher war, dass ich nicht im Kreis gelaufen bin. Hab dann doch wieder ein bisschen an meiner Orientierung gezweifelt, aber letztendlich hatte ich recht. Ich habe nur nicht die richtigen Schlüssel gezogen. Und zwar ist es wohl so, dass wir von verschiedenen Seiten, also das ist nicht ein komplett abgesperrter Bereich, sondern scheinbar ist nur die Mitte abgesperrt. Und wir sind aus diesen verschiedenen Richtungen immer zu dem Magier gekommen. Und man muss aus diesen verschiedenen Richtungen auf den Kristall klopfen. Und irgendwann geht er dann kaputt. Da ist mir dann auch erst richtig bewusst geworden, dass ich dann verzweifelterweise dann doch so ein bisschen Karte gezeichnet hatte. Ich glaube nicht, dass das alles so zueinander passt, aber egal, das ist ein anderes Problem. Und dann hatte ich auch mal wieder den Richtungssinn angemacht, den ich die ganze Zeit nicht verwende, weil für meine Orientierung bringt mir die Himmelsrichtung nicht unbedingt immer was. So, und dann hatte ich das auch mal wieder angemacht und habe dann gesehen, dass ich immer aus verschiedenen Richtungen auf diesen Magier geschaut habe. Und dann habe ich angefangen, Himmelsrichtungen aufzuschreiben und versucht, von verschiedenen Himmelsrichtungen zu Magier zu kommen. Und das war das Rätsellösung. So, und dann habe ich nochmal mit dem Meißel draufgeklopft. Und dann steht da, der Diamant zersplittert. Die Splitter zerstieben in die Luft. Sie dämpft ein wenig. Was auch immer. Aber ja, so, wir haben jetzt endlich Zugang zu Magier. Endlich frei. Ich kenne euch nicht, doch ich habe seit den Zeiten, da alles begann, von euch gewusst. Mir bleibt wenig Zeit. Wie ihr seht, ist mein Körper lange tot und nur durch die Reste meiner einstigen Macht hat mein Geist noch Zutritt zu eurer Welt, sodass ich jetzt zu euch sprechen und euch bei euren Aufgaben helfen kann. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Lasst sie euch und jenen, die auf euren Spuren wandeln werden, eine Warnung sein. Ich bin die Hälfte des früher als Xorfitus bekannten Magiers. Den Namen schreibe ich mal auf. Xorfitus bekannten Magiers, dessen Gebeine ihr hier seht. Vor 120 Jahren begann ich die Suche nach der kosmischen Schmiede. Es kann sein, dass er der böse Magier ist, weil vor 120 Jahren spielt die Vorgeschichte im Handbuch und da steht, dass es vor 120 Jahren stattfand, dass das Königspaar sich mit dem Magier verbündet hat und dann auch diesen magischen Stift gesucht hat und dann der Krieg ausbrach und plötzlich alle weg waren. Ihr könnt der Magier sein. Vor 120 Jahren begann ich die Suche nach der kosmischen Schmiede, der Schicksalsfeder, die den Lauf des ganzen Universums bestimmt. Doch muss ich auch vom geheiligten Kreis sprechen, aus dem die Feder gestohlen wurde. Um ihre Macht zu schützen, war geschrieben, dass die Feder nur im Kreis benutzt werden durfte und so geschah es. Um die Schmiede von dem Altar zu holen und sie von ihrer Aufgabe zu befreien, musste jene einzige Ausnahme erdacht werden, die die Freiheit der Feder sichert, ohne der ursprünglichen Anweisung zuwiderzulaufen. So entstand die große Ausnahme, dass der außerhalb des kosmischen Kreises mit der Feder schriebe, sein Schicksalswerk erleiden müsse und nicht Pause oder Erlösung von ihm finde, ehe eine neue Generation vergangen sei, genau 120 Jahre. Danach sei er von seinen Tun, dem Schreiben und dem Verderben befreit. Also wird man zum zwanghaften Schreiber, wenn man die Feder außerhalb des geheilten Kreises verwendet? So habe ich das jetzt zumindest mal interpretiert. Meine Zeit verrinnt, da ihr mich freigelassen habt. Wie meine Gebeine vor euch liegen, erlöst mich mein Schicksal nun von meinem Fluch. Hört jetzt zu, wenn ich euch enthülle, was ich einst begab, damit ihr Recht und Weise handelt. Einst war ich Xophitus. Hä? Ah doch, das ist der Name. Ein mächtiger Zauberer. Wie bei jedem, der die Macht schmeckt, wuchs der Hunger mit dem Bissen. So ging ich eine unheilige Allianz mit einem anderen ein, dessen Hunger meinenglich. Wir träumten zusammen vom allumfassenden Herrschaft. Als wir von der kosmischen Feder hörten, mussten wir ihn uns zum vollständigen Triumph aneignen. Also ersannen wir einen Plan, der uns zur kosmischen Schmiede verhalf. Doch schnell holte uns der Fluch ein, der beim Entwenden der Schmiede aus dem Kreis wirksam wurde. Ja, ich war einst Xophitus entschlossen, dem Schicksal zu trotzen. So schrieb ich die Worte, die vom sterblichen Xophitus genannten Zauberer handeln. Wie er alles vom Universum weiß und damit auch, wie er dem furchtbaren Fluch umgehen kann. Tatsächlich wusste ich bald alles, doch es zerriss mich in zwei Wesen, denn die Natur aller Dinge ist in das, was sie sind und das, was nicht gespalten. Da also das Wissen in mir also einst lebte, kam es, dass ich mich spalten musste. Denn da ich alles weiß, darf ich auch nichts wissen. So wie ein Mann gut kennen muss, so oblag es mir, böse zu kennen. Denn alles Bekannte ist gespalten und das Unheilbare wird wie von einem Menschen gekannt werden. Nie von einem Menschen gekannt werden. Mann, diese Sätze, das ist ganz schön verworren. So werden die Menschen stets nach Wissen streben und gespalten sein. Dies ist die Natur des Wissens und ich sage euch, dass es so in euch lebt. Auf diese Weise wisst ihr, denkt ihr, glaubt der Geist und spricht der Geist mit sich selbst. Doch die Zeit flieht und ich muss euch nun vieles erklären. Obwohl ich Xorfitus tot bin, lebt meine andere Xorfitushälfte. Und wie ich euch nur helfe, schadet er euch nur. Sein Wissen ist unvorständig, da ich ihn ergänzte. Er kann bei allem, was er tut, nur blind stolpern, halb richtig, halb falsch. Sein Geist irrt beständig durch einen verfinsterten Teich. Er ist wie ich verrückt, doch müsst ihr ihn finden. Wie ich um die Feder und das Warum weiß, wird er von wo und wann wissen, doch nicht vom was. Und er wird es euch nicht sagen. Das müsst ihr ihm entreißen, denn darin ruht das Schicksal des Fluches, der Feder und der Vorsehung. Okay, wir hatten ja auch mal so eine Magierhöhle gefunden, da sind wir aber nicht reingekommen. Ich bin endlich frei. Und leise verblasst das Bild. Das lassen wir jetzt erst mal kurz sacken. Also das sind wahrscheinlich seine Gebeine. Also er ist eine Hälfte. Die gute Hälfte. Die gute Hälfte ist jetzt weg. Und die böse Hälfte wird uns nicht helfen wollen, aber wir müssen ihn nun wieder zu zwingen. Okay, alles klar. Wir machen das Auge an. Wir, so viel Progress haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das ist unfassbar. So, du machst Geheimnis entdecken. Mach ich dich ordentlich. Und wir suchen. Nichts. Ja, da blinkt's. Zauber. 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 Äh, das war viel. Zauberhöhlenschlüssel. Okay, das war eine Höhle. Die Zaubererhöhle, die hatten wir ziemlich am Anfang gefunden, als wir in dieses Gebiet gestartet waren. Ähm, okay, Zauberhöhlenschlüssel geht zu Fenrir. Zaubererhut geht zu Thoralf. Weil ich davon ausgehe, dass er verflucht sein wird. Zaubererring. Nee, dann gehen wir das jetzt erstmal an Gustav. Geschossstab kann von mir aus zu Daryl. Und kleines Heilungsbuch. Ach so, das ist wahrscheinlich Heilzauber lernen. Ähm, da mache ich mir in der Pause Gedanken drum, wer das noch lernen kann und wer nicht. So, ähm, Schlüssel. Schlüssel verspricht Progress. Sehr schön. Ich bin gerade so happy, dass es irgendwie vorangeht. So, du hast, ähm, die Taschen voll. Äh, wir müssen auch mal wieder zu Schmitty und die Taschen aufräumen. Gib mal bitte zu Andrean, äh, den stehlenden Helm. Der hat schon mal die Taschen voll. Okay, dann Daryl. Hä? Dann Fenrir. Da haben wir was Leichtes. Da so eine Heilungsdings. So, dann haben wir einen Platz frei. So, Taschen entfernen. Zauberring. So, den werden wir mal bitte identifizieren. Spruch. Das da, Identifikationer. Äh, ich will noch ein zweites Item. Zauberring. Ah, Magieschutz 5. Ähm. Okay, dann gehen wir noch was anderes ab. Gib mal bitte an Thoralf, falls möglich. Ne, der hat schon mal auch voll. Wir müssen zu Schmitty. An Fenrir dann nochmal was Leichtes. So, dann schauen wir mal, ob er das tragen kann. Weil ihn will ich vor Magie geschützt wissen, also. Bauernspieß, Ölmantel, geporzelte Tunika, Roben, Halbstiefel. Ne, kann er schon mal nicht tragen. Ah, Magier. Okay, dann geht das eher zu Thoralf. Macht auch Rüstungsklasse. Äh, Thoralf hat gerade die... Äh, Moment. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Äh, Thoralf. Gib du mal bitte... Ne, Tasche. Ne, du musst erst was hergeben. Oh Mann. Okay, äh, gib mal bitte an Fenrir, falls ihr noch kann, äh, das Wiederbuch. Ich werde es nie wiederfinden. Ähm, Tasche, Entfernen, Zaubererhut. So, und dann schauen wir zu Gustav. Gustav, gib bitte an Thoralf den Zaubererring. Sehr schön. Und dann gehen wir nochmal zu Thoralf. Thoralf, gib bitte an Gustav den Zaubererhut zum Betrachten. Und dann kannst du aus der Tasche entfernen den Ring. Und dann müsstest du den eigentlich tragen können. Ja, Ring, Kappe, Roben, Sandalen. Sehr schön. Das gibt wieder Rüstungsklasse. So, wir haben noch Mais. Okay, nächster Step ist ansehen Gustav. Gustav, Spruch... Ähm, jetzt haben wir nicht mehr so viel Mana fürs Identifizieren. Wird hoffentlich reichen. Scheinbar macht er nichts. Ne, egal. Müssen wir dann später nochmal kontrollieren. Ob das nur an dem schwachen Zauber lag. So, ähm, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne, okay. Dann ist es eh Zeit für die Pause. Tendenziell gehen wir zuerst mal zu Schmitty. Wegen Inventar und so weiter. Ich hoffe mal, was ich zuerst finde. Die Magierhöhle oder Schmitty. Bis gleich. Bis gleich.